Ah, da seid ihr ja. Wir haben euch erwartet. Wir haben 520 extra Gold erworben plus die 2000 durch die Quest, 750 Bekanntheit, 2000 Erfahrung und hier Händlerfedern haben wir bekommen. Was auch immer wir damit machen können. Und Autosave. Sehr gut. Mace wünscht euch wieder zu sprechen. Wunderbar, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Frau Held. In der was? Ich dachte schon, wir gehen nie zusammen. Org-Welt-Taverne, okay. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Eine neue Questkarte, auch sehr gut. Aber wir werden uns gleich erstmal wieder auf den Rückweg machen und zwar zu Fuß, damit wir die ganzen Gegner nochmal erkunden, weil vielleicht finden wir mal wieder ein paar Silberschlüssel. Aber schauen wir erstmal, was wir hier so finden. Was ist das da? Können wir hier irgendwie angeln oder so? Hier ist ein Ladenbesitzer. Hey, da ist ein blauer Pilz. Hey, Dieb! Dieb! Er stiehlt meinen Pilz! Stehlen kann mit einer saftigen Geldbusse geahndet werden. Achtet darauf, dass man euch beim Stählen nicht erwischt. Ich wollte mit dem Pilz einen netten Haufen Gold verdienen. Jetzt werde ich nie zu Madame Minche reisen können. Tja, das tut mir, tut mir leid. Ich glaube, den hätten wir günstiger haben können, den Pilz. Das war doof. Ich dachte, den könnte man einfach nehmen. Hey, das ist Tülausschreck! Werft einen Blick auf das Herz über dem Kopf dieser Person. Sie findet euch attraktiv. Je mehr sie euch mag, desto größer wird ihr Herz. Versucht es mit Flirten, Geschenken und anderen attraktiven Ausdrucksmitteln. Je mehr Vielfalt, desto besser. Wenn ihr an einer Beziehung arbeitet, wer weiß, was daraus werden kann. Der Typ da? Wir sind doch nicht schwul. Versucht es in Oakvale, wenn ihr Mace sucht. Alter, der Typ ist in uns verknallt. Ähm, Mace ist in der Bowerstone-Taverne. Er sucht nach euch. Ja, dankeschön. Wir gehen jetzt aber erstmal runter zur Dämonentür. Mal gucken, was die für eine dämonische Aufgabe für uns berat hat. Und wir müssen ja auch noch versuchen, die eine Dämonentür mit dem Kämpfen da aufzukriegen. Und hier ist sogar noch eine Kiste. Was finden wir hier? Ein Saphir. Das ist sehr geil. Das können wir, glaube ich, auch verschenken. Und hier. Oh nein, nicht schon wieder. Wieso? Noch ein knochiger Abenteurer, der meine Reichtümer plündern will. Ja. Mich interessiert euer dürrer Kadaver nicht. Nehmt erst mal zu. Ich will fleischiges, fettes, dickes, schweiniges. Seid kein Sklave der öffentlichen Meinung. Und esst mehr. Kuchen, Fleisch, Bier, egal was. Nur viel davon. Esst euch dick und fett. Dann seid ihr hier willkommen. Wusste ich gar nicht, dass das auch geht. Aha. Man kann ja also auch zunehmen. Äh, 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 erinnert mich gerade so ein bisschen an hier die Sims. Schlank. Hm. Tja. Wie viel Essen haben wir denn so? Inventar. Gegenstände. Fisch. Apfelkuchen. Ich glaube, das reicht nicht, um dick zu werden. Aber das müssen wir uns merken, dass wir hier dick sein sollen. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Ich frage mich, wofür immer diese Blubberblasen im Wasser sind. Vielleicht kann man ja irgendwie angeln oder so. Das müssten wir auch noch rausfinden. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, da geht es schon nach Orgvale. Greyhouse. Darkwoodwehr. Ich gucke mir mal gerade die Karte an. Ach Gott, Orgvale ist ja unsere Anfangsstadt, ne? Stimmt ja. Hey, ich möchte gerne einfach mal die Karte ohne das Ding hier sehen. Geht das nicht? Kann ich das nicht wegziehen oder so? Das ist mir schon ein bisschen nervig. Ich würde mir gerne einfach mal die Karte so angucken. Hm. Okay, dann gehen wir erstmal nach Orgvale, weil das ist ja direkt da hinten. Immer schön den Gesetz. Ja, ja. Ganz froh sein, dass ich gut drauf bin und heute einfach mal ein Auge zugedrückt habe, um dir Geld zu geben. So, hier sind wir jetzt also in Orgvale, der Stadt, wo wir anfangs, als wir ganz klein waren, gespielt haben. Hallo, ich kenne dich doch. Wir dachten, du wärst bei diesem Überfall vor Jahren ums Leben gekommen. Wo hast du nur all die Zeit gesteckt? Du erinnerst dich doch an mich. Ich hab meinen Teddybären Rosie gesucht, bevor der Überfall losging. Am Tag danach sind wir nach Bowerstone gezogen, aber da hat es mir nie so recht gefallen. Ähm, bist du in Ordnung? Du warst eben etwas geistesabwesend. Naja, ich muss jetzt weg. Aber es war schön, dich wiederzusehen. Tschüss. Hübsche kleine Lady. Ich dachte, die wären alle draufgegangen. Das ist hier in Orgvale sogar auch sehr, sehr viel zu tun. Ganz viele grüne Punkte wieder. Ja, ja, ja. Hm, da bist du ja. Ich dachte schon, du wärst zu berühmt, um hier aufzukreuzen. Ich habe nichts mehr von deiner Schwester gehört und kann auch sonst leider nichts tun. Aber es gibt noch Hoffnung. Eine blinde Seherin lebt bei Zwillingsklings Räuberbande. Sie weiß vielleicht etwas über deine Schwester. Die Seherin steht neben dem Räuberkönig. Und es ist kein Zufall, dass die Räuber in letzter Zeit so erfolgreich sind. Hast du von Zwillingskling gehört? Er war einst ein Held. Ein echter Riese. Hatte aber mit der Gilde wenig am Hut. Er ging weg und vereinigte ein Dutzend Räubergruppen. Ich war immer der Meinung, dass er dein Heim angegriffen hat. Das könnte deine Chance auf Rache sein. Das Lager kann nicht weit weg sein. Das Dorf wird häufig angegriffen. Ich ließ eine Questkarte mit Einzelheiten in der Gilde. Herzlichen Dank. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Und jetzt suchen wir hier erstmal nach Nebenquests, die wir hier erledigen können. Und zwar hier drin. Seid gegrüßt, o kühner Held. Ich bin der berühmteste aller Wagen. Nie was von dir gehört. Ich singe euch Lieder. Gebt ihr mir Geld. Ich lasse euch nicht lange warten. Ein Lied. Ein Lied. Genau. Auch dem Weibervolk von Elvian. Den Bösen und den Lieben. Sind seine Qualitäten nicht unbemerkt geblieben? Der Obstfarmreichtümer lockten euch an. Euren Anteil wolltet ihr stehlen. Der Kampf ganz ohne Warnung begann. Ja, das Leben kann einen quälen. Vor ihm liegt des Lebensreise. Quests, Abenteuer auf dem Pfad der Tugend. Und das Leben macht ihn weise, wenn dahin ist seine Jugend. Ah ja. Willkommen am besten Münzgolftisch. Worauf hättet ihr Lust? Auf die Anleitung. Um beim Münzgolf zu gewinnen, müsst ihr die Münze in den weißen Kreis auf den Tisch schnipsen. Dazu habt ihr eine festgelegte Anzahl Versuche in einer festgelegten Anzahl Runden. Um die Münze zu schnippen, drückt und haltet die linke Maustasse gedrückt. Bewegt dann die Maus, um zu zielen und die Kraft einzustellen. Lasst die linke Maustasse los, um die Münze auf den Weg zu bringen. Um euer Ziel und die Kraft zurückzusetzen, drückt die rechte Maustasse. Benutzt die Maus, um die Kameraposition zu ändern, bevor ihr die Münze schnippst. Oh ja, das spielen wir mal mit. Und wir setzen mal hier 50 Stück. Oder ne, wir machen hier 38. So. Ah ja. So. Nicht zu feste. Ah. Das ist nicht gut, glaube ich. Oh lol. Ja, ich habe schon von euch gehört. Jawohl. Er scheint kräftig zu sein. Ah. Welcher Seite hier ist Hühnerschrack? Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Der Krug hier hat, glaube ich, einen Bug. Nein! Äh, macht nichts. Wie wär's mit Nacht? Ja, das machen wir nochmal. Wir setzen jetzt nochmal 25. So. Jetzt aber. Ah, wieder genauso stark wie beim letzten Mal. Na. Ich konnte gerade die Dingens nicht sehen. Die Geschäfte öffnen jetzt. So. Na. Nein. Jawohl. Der zählt. Ich glaube, der war gut. Jetzt muss ich den nur reinbringen. Sehr gut. Nein, 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 nein. Nicht aufhören. Ich glaube, wir müssen da lang. Wie ich höre, soll er in der Gilde wohl gelitten sein. Boah, der war perfekt. Oh, schönen Tag auch, Sir. Nein. So, der war drin. Ich fühle mich viel glücklicher, seit er hier ist. Nein, 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 nein. Äh, macht nichts. Wie wär's mit euch? Vielleicht kommt der ja mal wieder auf ein Spielchen vorbei. Ach, das ist doch doof. Danke. Oh. Oh, hallo. Sehr erfreut, euch wiederzusehen. Die steht auf uns. Da wollen wir mal gucken, ob wir da was mit der machen können. Hier, Ausdrucksmittel, Bekanntheit. Wir können mal flirten. Flirten setzen wir jetzt einfach mal auf die drei. Wir brauchen ja gerade hier diese Eskorte nicht mehr. Und hier, männlicher Bizeps. Machen wir mal auf die vier. Hey. Was für ein Mann. Oh, hallo. Sehr erfreut, euch wiederzusehen. Was für ein Mann. Steigt das Herzchen noch? Was für ein Mann. Seid gegrüßt. Na komm, jetzt müssen wir doch hier irgendwas machen können. Was für ein Mann. Oh, jetzt wird's wieder weniger. Sieht nicht fähig aus. Vielleicht können wir ja noch irgendwie was anders hier. Vielleicht mal so'n Tanz. Ah, leck mich am Arsch heißt es. Vielleicht ein Stepptanz. Wir können mal ein Stepptanz machen. Na, ich will einen Stepptanz machen jetzt. Ah, hallo. Die Räuber werden immer dreifler. Jemand sollte sich um sie kümmern. Ey. Na, schreck. Der Titel. Es gibt mehr und mehr dieser tolldreiften Räuber heutigen Tags. Ja. Ich schmelze dahin. Sehr gut. Ich weiß aber noch nicht, wie man das zum Abschluss bringen kann. Der Held ist mutig. Doch ich singe. Ne, ich will nicht mehr. Ah. Was ist denn, ey? Das ist der Wirt. Hm. Hier oben ist nix mehr. Ah, die Kamera ist grad ein bisschen hackelig. Gut. Äh, da unten haben wir noch einen grünen. Immer schön die Gesetze einhalten. Ich will ein Bier. Ich will ein Bier. Ich nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Da unten. Was ist das?